Ich habe eine schlechte Anfangsphase von uns gesehen, wo wir nicht wirklich in die Zweikämpfe reingefunden haben. Und von daher durften wir uns auch letztendlich nicht beschweren, dass du dann die Anfangsphase verstehst, auch noch das 0-1 Chris. Ich denke, dass Darmstadt den besseren Fußball gespielt hat, dass wir offensiv einfach zu wenig gemacht haben und so gewinnst du kein Spiel. Ja, wir haben natürlich gegen eine Mannschaft gespielt, die mit dem Rücken zur Wand war. Das war uns klar, dass sie viel mit langen Bällen operieren werden und uns dadurch in die Defensive drängen werden. Deswegen wollten wir Ballbesitz haben. Ich denke, es ist uns gut gelungen. Nur was uns nicht gut gelungen ist, ist einfach, dass wir nach vorne das Spiel nicht so effektiv vorgetragen haben, wie jetzt bei unseren Siegen und wir haben natürlich zwei saudumme Tore gefressen. Weil wir es zugelassen haben, wir haben es zugelassen und Darmstadt wollte den Sieg meines Erachtens mehr. Und ja, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du als Verlierer vom Platz gehst. Cool! Switch! Gut! Den Schaffael 80 – wie lang ist uns in 얘�logisch. Aber du hast dich Gh., aber Gruppe was auch immer ist jetzt die Frage guard ge nightmares. Aber auch was diese Frage hier dohsen können. Du hast die Frage gerade gesagtøm. Vielen Dank.